hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play omnibus simulator 2 ja wir befinden uns heute die jetzt immer noch also wir befinden uns immer noch die gleiche karte berlin spannender 2017 und wir fahren heute mit linie 14 von herr straße geht er geht er gar nicht mehr in nach roberhof als stadt spandau dieses mal ist es wirklich genau das was ich mal auf einer karte event habe weil mich selbst überrascht haben so da würde ich sagen wir stehen gerade hier im video wir fahren mal hier mal weg wir fahren heute mit einem c2 aus dem fall familiiert citaro c2 mit den l e hier stehen wir wiederum nicht wiege da kann ich mal sagen ich nehme gleich mal der fahrt mal so ich hätte trotzdem gerne dass so weiter bleibt mit linie und die linie und den cian zeigt so matrix farbe hätte ich üblich auf eis tür waren tun erster nein das war schon da aus aus so automatisch türen ja danke alles klar ja da wurde schon gerade so oder würde ich sagen werde ich mich mal 14 daneben so jetzt machen wir hier kurz den schnitt so hier bin ich wieder ich habe gerade die posten neu gesporen lassen ich hoffe dass es diesmal fusioniert noch mal lauter und die kante ernsthaft Vielen Dank. Okay, das ist ja interessant. Die 14 gibt es nicht mal. 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 Die 14 ist da. Nein, wirklich nicht. So, jetzt. Ja, ihr müsst es dieses Mal mal so machen. Es gibt dieses Mal keine Ansagen. Die Anzeige funktioniert auch nicht. Deshalb geht es nochmal nicht. So, da würde ich sagen. Ne. Muss ich mal diese rote Taste auch nicht lassen. So, da würde ich jetzt mal. heute mal wieder kurzstrecke sie kriegen heute sie kriegen heute ein alte version ein leider getrockter karl Das war's für heute. 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 Ich bin gespannt. Oh. Eine Fahrkarte, bitte. Ich bin gespannt. 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 Mal sehen, Los! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020